hallo bei handpuppen mutter loop heute möchte ich euch den großvater der firma living puppets beziehungsweise mattes spielprodukte vorstellen der großvater ist eine 65 zentimeter puppe somit gehört zur mittelklasse wenn man sie möchte er besticht durch seinen lustigen doktor du littlehut und durch seinen gehstock den ich allerdings abgemacht habe es ist ein gehstock der außen ein weiches material hat und innen ist er auch schön weich gepolstert ja was es zu dem opa noch zu sagen er hat eine wirklich schicke fliege ein ausziehbares hemd eine ausziehbare weste eine ausziehbare hose und sogar ausziehbare schuhe zu den schuhen möchte ich eine kleinigkeit noch sagen und zwar immer das problem dass der großvater so irgendwie step by step aus seinen schuhen raus schlüpfen möchte das ist ein bisschen nachteilig aber ihr könnt das dadurch umgehen indem ihr das hinten einmal wieder rein stopft und dann mit einem passenden faden noch mal an dem bein selber festnäht ja der eingang für das klappmau befindet sich wie bei fast allen living puppets im nackenbereich und der opa hat in seinem mund bzw der großvater hat in seinem mund noch eine bespielbare zunge ja die arme sind beide auch bespielbar sind bei mir ausgepolstert da ich sie so gut wie nie benutze das war es soweit von dem großvater und ich würde mich freuen wenn ihr das nächstes mal wieder einschaltet bei handpuppen unter der lupe tschüss schluss 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 Untertitelung. BR 2018